erich mühsam kindliche fragen scharen von männern denen die felle verwegen um die schultern lagen schritten vorbei immer mehr in endlosem zuge und die keulen hingen ihnen schwer in den händen wohin gehen die männer fragte das kind aufgestützt auf die knie der urane die mit zitternden fingern nurbes laubwerk ins feuer des erdherdes streute der vater schnitt mit einem scharfen stein ein stück baumrinde zur sandale und maß die breite an seiner fußsohle ab er antwortete in den krieg das kind schaute zum vater hinüber was machen sie da der vater lachte sie schlagen die feinde mit ihren keulen tot was haben ihnen die feinde getan sie wollen sie tot schlagen die bösen feinde warum wollen sie unsere männer tot schlagen weil die ihnen ihr land wegnehmen wollen warum wollen unsere männer den feinden das land wegnehmen haben sie denn selber keins doch aber je mehr land einer hat desto reicher ist er ist es gut reich zu sein fragte das kind weiter das will ich meinen bist du reich vater nein mein kind ich bin arm aber für unsere kleines haus reicht es wenn es doch für uns reicht warum ist es dann gut reich zu sein wären wir reich dann könnte ich leib eigene für mich arbeiten lassen was ist das leib eigene das sind menschen die alles tun müssen was ihr herr ihnen aufträgt warum gehst du nicht mit in den krieg und schlägst die feinde tot dann nimmst du ihnen das land weg und bist reich und schenkst mir leib eigene dass ich nicht zu arbeiten brauche wenn ich groß bin du sollst aber arbeiten wenn du groß bist faulheit ist ein laster aber dann brauche ich doch keine leib eigenen wenn ich selbst arbeiten soll dann ist es doch nicht gut reich zu sein kleiner narr der reiche hat so viel land dass er es nicht allein bebauen kann deshalb braucht er leib eigene wenn er doch genügend land hat für sich und seine kinder warum muss er denn noch so viel dazu haben dass er es nicht mehr allein bebauen kann der racker fragt mich tot rief der vater gib du ihm antwort an frau die alte strich dem kinde durch die locken halb zu sich selbst sprach sie mancher weise hat schon ebenso gefragt und keine antwort bekommen das kind schwieg eine weile und dachte nach dann wandte es sich hartnäckig an die alte warum schlägt vater nicht auch die feinde tot und nimmt ihnen ihr land weg er bekäme ja das land gar nicht wer kriegt es denn der herzog der die männer in den krieg schickt wer ist das der herzog das ist der anführer der männer erwiderte jetzt wieder der vater ihr herr dem sie dienen also sind alle die kriegsmänner leib eigene des herzogs oh nein es sind freie männer aber sie lieben ihren herzog und deshalb schlagen sie die feinde tot bloß damit der herzog mir land bekommt gewiss und sie lassen sich auch töten für ihren herrn welcher mann wird denn immer der herzog der reichste natürlich dann lieben die männer den der am reichsten ist immer am meisten nein sie lieben nicht den reichsten sondern den herzog aber du hast eben gesagt der herzog ist es deshalb weil er der reichste ist und weil sie ihn lieben nehmen sie den feinden das land weg und geben es ihm da wird er ja immer noch reicher der vater bastelte schweigend an seiner sandale die urgroßmutter nickte die lippen bewegend vor sich hin das kind hing weiter seinen gedanken nach nach einer pause fragte es von neuem wo nimmt denn der herzog alle die leibeigenen her daß sie ihm das viele land bebauen können der vater wies auf die männer die immer noch schweren schrittes vorbeizogen sie doch wie viele kriegsmänner es gibt aber du sagtest doch das sind keine leibeigenen gewiss nicht aber sie arbeiten für den herzog sie zahlen ihm abgaben und dann dürfen sie sein land bebauen das kind steckte den finger in den mund und starrte die bewaffneten männer so eindringlich an dass mancher von ihnen lachen musste dann wandte es sich zur ahne und sagte ernsthaft du ahnfrau die kriegsmänner sind aber dumm der heereszug war vorübergegangen in der ferne war noch der staub zu sehen der den letzten nachwehte das kind sah dem vater bei der arbeit zu plötzlich fragte es vater hat es schon immer kriege gegeben immer sagte der vater und immer bloß weil die männer die einen herzog liebten den männern das land wegnehmen wollten die einen anderen herzog liebten ich kann's mir nicht anders denken wird denn niemals eine zeit kommen wo immer friede sein wird der vater zog das kind an sich lächelnd sprach er wenn einmal die wagen ohne pferde fahren und die menschen in der luft umherfliegen dann wird's keine kriege mehr geben die alte wandte sich eifriger dem herdfeuer zu sie schüttelte den kopf und stocherte mit einem scheit in der glut ihre lippen bewegten sich dann erst recht flüsterte sie dann erst recht das kind gab noch nicht nach sag doch lieber vater es ist doch nicht gut daß die männer sich alleweil gegenseitig totschlagen wird das wirklich nie aufhören vielleicht doch einmal erwiderte der vater zweifelnd vielleicht kommt einmal ein großer starker herzog der alle anderen herzöge besiegt und sich zum herrn über alles land macht dann wird niemand mehr da sein der krieg gegen ihn beginnt und wenn er mächtig und klug genug ist werden die menschen in frieden leben und wenn der große herzog stirbt beharrte das kind und wenn dann der neue herzog nicht mehr so mächtig und klug ist wird es dann wieder krieg geben wahrscheinlich wohl nun lass mich aber zufrieden kind willst du noch mehr wissen dann frage die urgroßmutter da fragte das kind die urgroßmutter ob einmal ein herzog kommen werde der den menschen den frieden bringen könne nein sagte die alte den herzog wird es niemals geben also wird immer krieg sein nein mein herz es wird einmal ein letzter krieg sein den werden die menschen aber keinen krieg mehr nennen der wird anders sein als alle kriege da werden die männer nicht mehr für die herzöge um land kämpfen sondern für sich selbst um das land das den herzogen gehört und die keulen werden sie nicht mehr gegeneinander schwingen und ein anderer nicht mehr feinde nennen sie werden sehen dass sie brüder sind die männer des einen und die männer des anderen landes wenn sie das erkannt haben dann werden sie auch nicht mehr wünschen reich zu werden und leibeigene zu haben sie werden begreifen dass es gut ist zu arbeiten wenn man für sich selbst arbeitet und nicht für einen herzog und wenn erst alle für sich selber arbeiten dann wird es auch keine leibeigenen mehr geben aber was werden die herren dann tun wenn keiner mehr für sie arbeitet sie werden selbst arbeiten wie alle anderen und werden also keine herren mehr sein ja ahnfrau das muss schön sein wenn alle gleich sind und alle zufrieden wenn ich groß bin will ich allen männern sagen dass sie nicht mehr für die herzöge arbeiten und sich auch nicht für sie gegenseitig tot schlagen sollen präge dir ein wort ein mein liebling wenn du das wort tief im herzen trägst und es ganz erfasst hast dann sollst du es weiter geben an die anderen menschen vielleicht wird in vielen vielen hundert jahren dieses wort einmal in allen menschen herzen wurzel fassen wenn es dahin kommt dann wird die welt keine kriege mehr kennen keiner wird einen anderen töten um für einen dritten land zu erobern die menschen werden arbeiten jeder für sich und jeder für alle anderen und alle werden glücklich sein wie heißt das wort ahnfrau ich will es lernen und mir fürs ganze leben merken höre zu kind fange das wort auf und fülle dein ganzes herz damit an und dann gib es weiter an die menschen das wort heißt freiheit erich mühsam die hamster der professor der nationalökonomie franz xaver kriketus hielt inne schnüffelte gedanken einsaugend in dem über ihm geschichteten Blätterhaufen herum denn die hamsterversammlung konnte der füchse eulen und bussarde wegen nicht unter ganz freiem himmel tagen und fuhr in seinem vortrage über die feinde des hamstergeschlechts fort so haben wir denn gesehen dass wir ärger als hermelin und wiesel den iltis zu fürchten haben der uns nicht nur ausrotten und verderben möchte um sich mit uns unseren frauen und kindern den gierigen wanz zu mästen nein der selbst zu faul sich von der eigenen Pfoten arbeitgänge und wohnungen zu bauen in unsere bauten eindringt sich's in unseren vorratskammern bequem macht und im vertrauen auf seine überlegenheit an zahl und stärke im hause des opfers neue geschlechter zu unserer vernichtung zeugt und groß zieht ein grunzen und quieken tieferer empörung ging durch das auditorium aus dem sich hier und dort der knirschende ruf erhob Gott strafe er strafe es erwiderte der professor mit nachdruck um sogleich die aufmachsamkeit seiner hörer von neuem zu fesseln wir leben still und harmlos wir erziehen unsere jungen im geiste der glorreichen überlieferungen unserer väter und ahnen zu einem friedvollen arbeitsamen dasein das auf achtung und rücksicht gegeneinander und auf die gebührliche schonung fremder lebensnotwendigkeiten gegründet ist unsere nahrung ziehen wir aus den früchten der felder wie sie über und um uns wachsen so üppig und reich dass bei den bescheidenen ansprüchen die wir machen niemand in der welt durch uns in seiner existenz beeinträchtigt wird dies gibt uns ja den sittlichen rückhalt bei der idealen forderung die wir in der welt erheben die freiheit der felder die begeisterten jungen hamster klatschten in bewegter zustimmung auf ihren backentaschen beifall während kriketus sich dankend verneigte ja rief er aus und zugleich setzen wir unseren ehrgeiz da rein die fruchtbaren äckere und auen zu säubern von dem schädlichen gezücht der insekten und mäuse der vögel eidechsen und schlangen die in selbstischer gier die zarten keime zernagen und zerpicken unsere gänge verschütten und unwegsam machen und frevelhaft zu schanden machen was wir in unermüdlichem fleiß zur wahrung unserer berechtigten lebensinteressen in heiligem egoismus aufgerichtet haben wenn wir auf solche schäd- und engerlinge jagd machen so erhalten wir dadurch nicht bloß unsere familie bis in späte generationen kräftig und widerstandsfähig denn die ausschließlich vegetabilische kost ist nach den neuesten erkenntnissen der wissenschaft dem wachstum der hamster keineswegs zuträglich sondern wir befreien zugleich alle anderen tiervölker von einer unerträglichen und gefährlichen landplage sehr richtig sehr richtig dabei aber möchte ich wieder und wieder betonen dass diese neue animalische ernährung einen überaus geringfügigen bestandteil unseres lebensunterhaltes bildet und nur so zu sagen die beilage den nachtisch abgibt zu unserem gewöhnlichen mal das sich aus dem gemeingut aller geschöpfe aus weizen hafer gerste und korn aus wurzeln gras obst die und da auch wohl aus gemüse aller art als bohnen erbsen lein und mondkapseln zusammensetzt wir sind es also nicht die den kampf suchen uns treibt keiner auf lust der kampf den wir führen ist uns aufgezwungen von missgünstigen und habgierigen feinden denen unser friedliches argloses zusammenleben ein dorn im auge war und die keine scheu tragen uns mit allen mitteln des hasses der lüge und des verrats anzugreifen und nachzustellen professor kriketus wischte sich den schweiß vom fell und seine nüstern zitterten einen augenblick in verhaltener erregung die stumpfe schnauze weit fuhrstreckend überließ er sich in herber anklage der bitterkeit seiner empfindungen und kam nun auf den hauptinhalt seiner lichtvollen ausführungen nur mit grenzenlosem abscheu vermag ich endlich von dem feinde zu sprechen dessen hochlosigkeit in der verfolgung des hamstergeschlechtes ohne beispiel ist und gegen dessen arglist und grausamkeit ich muss es mit beschämung gestehen wir bisher kein mittel zur abwehr gefunden haben sie wissen meine verehrten hamster und hamsterinnen von welchem furchtbaren widersacher ich rede es ist der mensch es ist gute alte hamsterart den phänomenen der natur auf den grund zu gehen und auch den schrecklichsten und verdarblichsten erscheinungen mit dem freien mut wissenschaftlicher ergründungslust ins gesicht zu sehen so wollen wir denn auch der erörterung des unfassbar entsetzlichen das der mensch für unsere empfinden bedeutet nicht feige ausweichen sondern erst recht versuchen ein klares bild von seiner wesenheit zu gestalten noch ist für uns das menschenproblem mit dem schleier schier unergründlicher geheimnisse umwoben noch hat die forschung die lebensgewohnheiten die zoologischen besonderheiten und vor allem die seelische beschaffenheit des menschen nur in ganz hohen umrissen zu ergründen vermocht wir wissen nicht viel mehr von ihm als dass er aufrecht und auf den hinterbeinen geht mächtige bauten und gänge über der erde anlegt dass sein fell verschiedenfarbig ist und nach belieben ausgewechselt werden kann und dass er imstande ist seine vorderpfoten durch die verschiedenartigsten abnehmbaren gliedmaßen zu verstärken mit denen er die felder von grund aus zu verheeren und uns wie allen anderen tieren ja selbst den eigenen artgenossen die grauenhaftesten gefahren zu bereiten vermag mancher von ihnen hat wohl schon bei einer abendlichen wanderung durch duftige kohlblätter so ein grünes oder graues riesen menschen exemplar zu gesicht bekommen wenn es mit dröhnendem huf die hügel friedfertiger maulwürfe unsere treuen verbündeten zerstampfte und unter allem getier furcht und schrecken verbreitete so dass alles rings die flucht ergriff ich selbst entsinne mich aus meiner jugendzeit einer begebenheit die damals das größte aufsehen nicht nur bei uns hamstern sondern auch bei allen nachbarn und freundesvölkern erregte ein junger allgemein beliebter ehrengeachteter und hoffnungsvoller hamster war über feld gegangen um für den bevorstehenden winterschlaf sein haus mit allem nötigen zu versehen schon hatte er beide backentaschen mit schönen vorräten an roggen und leinsamen angefüllt als er plötzlich dicht vor sich an ungeheuer gewahrte indem er sogleich an den menschen erkannte unerschrocken bis zur waghalsigkeit entfernte der jüngling mit einer raschen bewegung der pfote den inhalt seiner backen machte einen anlauf und sprang an dem hinterbein des feindes hinauf sich in dessen lose hängendes unbeharrtes fell einkrallend da erhob das monstrum die vorderpfoten vergrößerte sie blitzschnell durch eine lange glitzernde schiene und gab daraus unter ohrenbetäubendem knall der alle anwohner in rasende angst versetzte einen giftigen rauchenden atem von sich so dass unser freund zerschmettert in seinem blute lag die anwendung des grässlichen gliedes dem der heldenhafte jüngling zum opfer fiel ist von hamstern seitdem meines wissens kaum beobachtet worden während zum beispiel die hasen gerade unter dieser art der verfolgung auf das fürchterlichste leiden sollen über die schädlichen waffen die der mensch gegen uns hamster gewöhnlich in anwendung bringt brauche ich sie ja kaum noch zu belehren wir kennen alle die methoden ja nur zu genau da wohl keiner unter uns ist dessen familie nicht schon durch die nachstellungen der bösen feinde in trauer versetzt worden wäre einigen hörerinnen rannen bei diesen worten die bitteren zähren über die schnauze der vortragende selbst dürstete mit dem rechten hinterbein das bauchverglatt das sich in der ergriffenheit über dem feisten unterleib gesträubt hatte dann nahm er den faden seiner betrachtung wieder auf gewöhnlich geschieht es ja im winter wenn wir reglos und ohne die erscheinungen der natur beobachten zu können im gesunden und friedlichen schlaf liegen dass unsere lieben menschlichen vorrichtungen zum opfer fallen deren charakter noch nicht voll ergründet ist harten gegenständen jedenfalls von denen die schlafenden unseren umfangen und an die oberfläche hinauf gehoben werden auch schrecken die menschen nicht davor zurück gegen alle interkreaturischen abmachungen auf unbekannte weise erzeugte wolken in unsere wohnungen zu leiten und uns elend darin ersticken zu lassen wohl 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 leider muss auch betont werden dass sich vierbeinige tiere finden die kein bedenken tragen sich mit den menschen in ihrem kampf gegen uns zu verbünden und ihnen spionendienste leisten um uns aufzustöbern es sind dies vor allem die hunde sie werden danach wissen was sie von der angeblichen neutralität dieser würdelosen rasse zu halten haben angesichts der unausgesetzten gefahren die uns von den menschen drohen hat es sich die wissenschaft natürlich sehr angelegen sein lassen müssen nun auch über das leben der menschen unter sich und ihre beziehungen zueinander gewisse wichtige aufschlüsse zu erlangen da ist es nun meinem verehrten kollegen dr eusebius kornferkel gelungen festzustellen dass diese ungeheuer in ihrer habgier nicht etwa wie andere tiere solidarisch zusammenhalten sondern die ihrem fraß dienenden vorräte voreinander verbergen und dass wenige von ihnen ohne rücksicht auf die bedürfnisse der allgemeinheit gewaltige speicher mit lebensbedarf anhäufen während sie die große mehrzahl der art genossen darben lassen uns hamstern ist ein solches vorgehen natürlich unbegreiflich und wir müssen uns in eine ganz fremde vorstellungswelt begeben um uns das als sittliches prinzip fassen zu lassen was bei uns mit recht als kriterium scheußlichere entartung angesehen und verurteilt wird wir sammeln uns in unsere speicher genau so viel korn oder gemüse wie jeder für die zeit vor dem einschlafen und nach dem erwachen in seiner kammer braucht die felder das wissen wir alle tragen reich genug um uns zu erlauben unsere scheuern offen zu lassen ohne uns vor dem neid unserer mithamster fürchten zu müssen so kommt es denn auch fast nie vor dass ein hamster statt vom allgemeinen markt des ackers seinen bedarf aus dem hause des nächsten bezieht wie es bei den menschen allgemein der brauch sein soll sie übervorteilen also einander wo sie irgend können und diejenigen unter ihnen in deren kellern und speichern möglichst große vorräte für einen unberechenbaren bedarf gehäuft sind die sogenannten reichen genießen besonderes ansehen unter den übrigen nach kornferkels ansicht berechtigt sogar die möglichst große ansammlung von nahrungsmitteln den menschen sich für lebenszeit von der mühe den eigenen unterhalt herbei zu schaffen zu befreien und statt dessen seines gleichen für seinen unterhalt arbeiten zu lassen der mensch aber der das feld umgräbt um uns hamstern unseren bescheidenen anteil am allgemeinen lebensbedarf wegzunehmen tut das nicht einmal um sich damit zu ernähren sondern um einem anderen menschen einem reichen die kammern zu füllen während der arbeitende mensch selber kaum das nötigste für sich und die seinen dabei herausschlägt denn er erhält seinen dringlichsten bedarf von dem reichen nur gegen immer vermehrte zu dessen nutzen geleistete arbeit zugeteilt und damit nicht genug missgönnt ein reicher dem anderen sein vorratslager sobald die menschen meinen dass in einem lande die speicher noch üppiger gefüllt seien als im anderen dann legen sie solche feuerspreiende gliedmaßen an wie sie sie zur bekämpfung der hasen brauchen und vernichten sich gegenseitig damit wobei aber wiederum die inhaber der großen nahrungsmittelmengen die arbeitenden menschen auch diese last auf sich nehmen lassen ganz geklärt sind diese beziehungen der menschen untereinander für uns hamster bis jetzt noch nicht wir wissen bloß dass die menschen denen es gelingt durch kampf oder durch absperrung dritter vom lebensunterhalt die stammesgefährten wegzudrängen und sich in den besitz aller art von reichtümern zu setzen die höchste anerkennung unter den übrigen menschen gewinnen das prinzip nachdem sich dieser wettstreit der menschen um die wirksamste übervorteilung abspielt nennen sie das freie spiel der kräfte uns mit unserem unverdorbenen gesunden hamster verstand scheint ein derartiges verfahren mit einem wort menschlich wie seine wissenschaftliche beziehung denn auch bei jenen monströsen wesen selbst die manchesterlehre heißen soll der berühmte nationalökonom wollte eben zu einer heftigen kontroverse gegen diese theorie ausholen als am eingang zu einer nahegelegenen kolonie ein gedränge und ein lärm entstand und eine anzahl erregter tiere eine wohlhabige hamsterin herbeizahrten die sich heftig zur wehr setzte was gibt's fragte alles durcheinander was hat sie getan sie hat gemenscht rief ein solider hamsterbürger der die frevlerin mit der klau am ohr festhielt ein sturm der entrüstung erhob sich die vorlesung wurde unterbrochen und professor kricketus begab sich mit seinem gesamten auditorium in den gang um die art und den umfang der verfehlungen selbst festzustellen es war allerdings ein widerwärtiger anblick der sich den hamstern beim eintritt in die behausung der überführten bot da lagen bohnen und mondkapseln getreidesorten jeder art und geschlachtete insekten in ungeheurer menge gehäuft so viel dass das enthamsterte weibchen über vier bis fünf winterschläfe hinaus versorgt war bei näherer untersuchung fand man sogar noch eine wochenration erbsen und mais in ihrer linken backentasche da es unmöglich schien dass die verbrecherin diese ganzen vorräte allein vom felder hereingeschleppt haben sollte ging man daran fehlbeständen in den kammern der nachbarinnen nachzuforschen und erdrückt von der last der beweise gestand die habgierige endlich unter tränen ein die arbeit fleißiger mithamster für ihre eigenen selbstischen zwecke missbraucht zu haben sie wurde verurteilt binnen vierundzwanzig stunden alle gemenschten vorräte dahin zurückzubringen woher sie sie entnommen hatte und eine buße von drei weizenkörnern zu erlegen zum anlocken einer feldmaus die zu einem großen festschmaus hergerichtet werden sollte nur die beim menschen ertappte hamsterin durfte an diesem mal nicht teilnehmen nachdem das urteil gefällt war verließ professor franz xaver kriketus mit seinen verehrern den gang und begab sich langsam ins freie die sonne senkte sich über das haferfeld in der ferne erhoben sich graue hohe menschenbauten der gelehrte wies mit einer kralle hinüber und meinte schmerzlich lächelnd sie sind unsere feinde und trachten uns nach dem leben aber bedauern müssen wir sie doch erich mühsam die affenschande und das mein lieber ist mein letztes wort schloss dr nelly pritschke indem sie den arm von der schulter des ausgestopften gorillas löste und weit von sich streckte den zeigefinger in der richtung des glasschrankes der die toten meere katzen beherbergte den blick aber alle strahlen des prismatischen kneiferglases zu einem wurfgeschoss zusammenballend mit eiserner strenge mitten im verängstigten faltengesicht ihres bräutigams felix klötschipper jetzt wusste felix woran er war 14 jahre waren sie verlobt 14 jahre in denen nellis zoologische studien sein vermögen und den rest ihrer weiblichen jugend aufgezehrt hatten und jetzt da ihr epochales werk 15 jahre zurück zum affen die braut in den stand setzte eine familie zu ernähren ja ein amerikanischer krösus selbst ein begeisterter affenfreund und hingerissen von der umwälzenden theorie der zoologin ihr unbegrenzte summen zur praktischen erprobung ihrer behauptungen zur verfügung gestellt hatte jetzt da also der eheschließung keinerlei materielle bedenken mehr im wege standen und die heirat für ihn der schon seiner wirtin den zins nicht mehr zu zahlen wusste zur gebieterischen notwendigkeit wurde jetzt diese bedingung felix klötschipper war von jeher ein sittenstrenger mann gewesen und die vom vater ererbten mittel hatten ihm erlaubt ohne ausübung eines gewerbes dem beruf zu leben die eigene sittenstrenge anfeuernd und beispielgebend unter seine volks und zeitgenossen zu tragen es gab keinen verein für keuschen wandel oder gegen schmutz und schund in dem felix nicht vorstands oder gar ihren mitglied war und wo irgend sich gelegenheit bot anstoß zu nehmen er nahm ihn eines tages aber er stand im 36. lebensjahr lernte er bei einem vortrag über winke zur veredlung der sinnlichen triebe in der tierwelt die kandidatin der zoologie kennen die ihm von der vorsehung selbst gesandt schien seinen lebensweg fürder hin zu begleiten schon ihr äußeres kam ihm wie eine stete mahnung zu keuschheit und enthaltsamkeit vor und als er dann erst ihren geist bewundern gelernt hatte der schon damals sie waren 29 jahre alt mit der diszipliniertesten energie dem studium der menschen ähnlichen affen oblag da wußte er diese frau oder keine nur sie wird meinem wesen meiner natur wahres verständnis entgegenbringen nelly verweigerte dem bewerber umso weniger das ja wort als ihr die gesicherte lebenslage felix klötschippers die erlangung des doktor grades und die fortsetzung ihrer studien gewährleistete welche sie nunmehr auf die erforschung der familienbeziehungen hin spezialisierte aus denen der mensch in antediluvianischen zeiten seine zoologische unabhängigkeit vom anthropoiden entwickelt hatte nicht nur dass es ihr nun möglich wurde bei vielen menagerien und zoologischen garten die verendeten affen aller sorten im abonnement zu beziehen so dass messungen vergleichungen und untersuchungen jeder art und die anlegung einer vortrefflichen sammlung toter gibbons schimpansen hullmanns paviane und orang utans ihre wissenschaftlichen arbeiten wirksam fördern konnten nein außer diesen vorteilen die sein vermögen verschaffte bot auch die person des bräutigams in ihrer biologischen besonderheit einen starken anreiz für nelly ihn ständig an sich zu fesseln felix hatte arme von erstaunlicher länge überdies ungeheure weit abstehende und fächerartig ausgespreizte ohrmuscheln und seine stirn und nacken bildung die in weitem abstand unter der breiten knopfnase tief über den sehr großen mund hängende oberlippe das mächtig vorgebaute gebiss der gang und die beharrung forderten die gelehrte unausgesetzt zu vergleichenden beobachtungen heraus zwar dauerte es zwei volle jahre ihrer brautzeit bis sie felix bewegen konnte diejenigen untersuchungen an seinem körper vornehmen zu lassen die zur feststellung von ähnlichkeiten und unterschieden etwa zwischen seiner beckenbildung und fossilen knochenresten erforderlich waren erst als er sich zuverlässig überzeugt hatte dass seine künftige gattin nicht entfernt von sinnlichen begierden bewegt wurde als sie beispielsweise seine hinterseite nach den vermuteten rückständen eines beweglichen schwanzes zu erforschen begehrte und als er nach einem eingehenden blick auf die knochige gestalt nellis in sich die gewissheit erhärtet hatte dass keine fleischliche anfechtung seine sittenfestigkeit bei der prozedur zu erschüttern drohte erst da ließ er sich herbei sich jeweils nur so weit wie die wissenschaft die besichtigung unerlässlich machte vor der verlobten zu entblößen ihr gelang es auf diese art durch rückschlüsse vom lebenden menschen aus somit durch eine der üblichen forschung entgegengesetzte methode die nahe verwandtschaft mit gewissen gattungen von großaffen aufzuhellen woran bisher anthropologen und paläontologen so viel verlorenen schweißgewand hatten weil sie glaubten dem problem durch ausgraben der gebeine von menschenahnen aus der tertiär und pliozänzeit beikommen zu können es gelang nelly an ihrem bräutigam merkmale festzustellen die ihn anatomisch in überraschende nähe zu einer gorilla art brachten von der neuere tropen reisende die sie auf den kumoren angetroffen hatten berichteten in dem zweibändigen werk in dem die forscherin die ergebnisse dieser untersuchungen niederlegte gab sie ausführlich rechenschaft darüber wie sie felix methodisch mit allen bekannten affensorten verglichen hatte wie sie zuerst veranlasst durch gewisse eigenschaften die beim kauen und anderen unwillkürlichen bewegungen zutage traten beobachtungen also sozusagen psychologischer natur eine spur verfolgte die zur familie der brüllaffen führte bis sie dann doch zur überzeugung kam dass bei aller verwandtschaft auch mit pavianen und niederen affen der anatomische stammbaum zweifellos zu den sogenannten menschenaffen führe wobei schließlich nur schimpanse und gorilla als uran zur engeren wahl blieben nelly pritschke kam zu dem schluss dass keine der lebenden affenarten unverändert die charaktere der menschenvorfahren in sich bewahrt habe doch glaubte sie und hier bahnte sie der wissenschaft einen neuen weg zu praktischer empirie dass durch geeignete kreuzungsexperimente eine rückzüchtung zu den übergangsformen zwischen menschen und affen und damit eine neuschaffung des diluvianischen urmenschen sowohl als auch des eigentlichen stammaffen der menschheit bewerkstelligt werden könne der titel nivrat ergab sich aus dieser umkehrung der entwicklungsreihe die darwin aufzeigte von selbst es kam jetzt nur noch darauf an expeditionen auszurüsten um die notwendigen versuche anzustellen die mittel waren dank der opferfreudigkeit des amerikanischen entusiasten bereit jedoch hatte nellis hinreißender aufruf an die menschheit in der ihr werk ausklang trotz zahlloser angebote nicht die erhoffte auswahl brauchbarer rückzeugungsindividuen gezeitigt sie hatte darin männer und frauen aller rassen aufgefordert sich unter beifügung von nackt fotografien und beglaubigtem signalement dass alle nach den bertillonschen messverfahren feststellbaren polizeilichen steckbrief eigenschaften nebst genauer angabe der weltanschauung umfassen müsse an die front der anatomie zu stellen geeignete bewerber und bewerberinnen sollten je nach ihrer animalischen struktur mit der für sie geeigneten affenart zur paarung vereinigt werden und je nachdem was auf dem engagementskontrakt als charakteristikum vermerkt war gibbon urang utan schimpanse und so weiter sollte der oder die betreffende in die nach kompanien eingeteilten register eingeordnet werden der aufruf schloss mit den markigen worten zurück zum affen freiwillige vor obwohl sich unter den hunderten von bereiterklärungen aus allen erdteilen die in überwältigender mehrzahl von frauen und mädchen höherer altersgrade ausgingen prachtexemplare befanden deren affen ähnlichkeit aus den lichtbildern verblüffend in die augen sprang so ergaben doch bei genauerer prüfung die maße und formen überall eine schon so weit vorgeschrittene zoologische entwicklung zum ausgestalteten menschen dass sich nelly eine erfolgreiche rückbildung derart von keinem der körungswilligen pioniere ihrer forschung versprechen konnte einzig felix klöt schipper ihr verlobter entsprach allen anforderungen und der gedanke er müsse vater eines gorillabastards jener neu entdeckten komorengattung werden beschäftigte sie tagaus tag ein und verstärkte sich bei jedem zusammensein mit dem erwählten doch hatte sie noch nie gewagt das opfer von ihm zu verlangen da sie fürchtete ein solches attentat auf seine sittlichen grundsätze möchte ihn zu einer gänzlichen lösung des verhältnisses veranlassen und sie dadurch ihres einzigen produktiven studienobjektes unwiederbringlich berauben jetzt aber war er gekommen um angesichts seiner bedrängten lage auf die höchste beschleunigung der ehelichen verbindung zu dringen er setzte ihr in brodelnden kehllauten auseinander dass er seit monaten schon jeder fleischkost entraten müsse da er alles auch sein letztes für ihre forschungen hingegeben habe ja dass er bereits in schulden geraten sei und die gläubiger die er auf seine bevorstehende heirat mit der berühmten zoologen vertröstet habe ihn wegen betrügerischer vorspiegelungen gerichtlich zu belangen drohten wie er nun so dasaß die niedrige stirn in breite falten gelegt zusammengekauert daß die knie vor dem brustkasten standen die schiere unnatürlich langen arme an den leib gepresst und mit den vielgelenkigen fingern in den wolligen haaren wühlend wie er die zähne fletschte in seiner angst und die nüstern sich fast bis an die backenknochen zur seite bogen während die ohren schaukelten da fühlte sich nelly von ihrer forscherleidenschaft unwiderstehlich ergriffen da empfand sie dass hier der erfüller all ihrer gelehrten sehnsucht sitze und dass es frevel wäre länger zu zögern und die bedrängnis die ihn ihr auslieferte ungenutzt zu lassen felix schreck seine verzweiflung war unbeschreiblich als er die bedingung erfuhr deren verweigerung den unwiderruflichen abschied deren erfüllung die hochzeit binnen vier wochen mit anschließender gemeinsamer reise zu den komoren inseln bedeutete knapp und scharf hatte nelly pritschke gesprochen und der einzige zucker mit dem sie die pille versüßte war die zusicherung dass er gegen sie keinerlei eheliche verpflichtungen haben solle als die die er an dem ihm zugedachten gorilla weibchen erfüllen müsse und das mein lieber ist mein letztes wort schande schande stöhnte felix klötschipper ja affenschande und seine finger knöchel staken aus dem bartwulst hervor wie hölzerne gardinen nägel dann willigte er ein die vegetarische diät zu der felix klötschipper infolge seiner zerrütteten vermögensverhältnisse schon lange genötigt war erleichterte die vorkehrungen die dr nelly pritschke zum guten gelingen ihres werkes für ratsam hielt es gelang ihr in so kurzer zeit ihn aller dem zweck unzuträglichen kost zu entwöhnen dass er schon auf der hochzeitsreise nur mehr kokosnüsse zu sich nehmen mochte auch sein äußeres passte sich der rolle zu der er bestimmt war mit jedem tage der seefahrt besser an was nicht allein den schlingernden bewegungen des schiffs zuzuschreiben war die ihn das sitzen auf der niedrigen bordbank mit rücklings ineinander geknoteten beinen und auf den boden aufgestützten händen als natürliche haltung begreifen lehrten sondern auch der seelischen pein die stunde immer näher heranrücken zu fühlen wo er in den vier armen einer effin die bislang streng gehütete keuschheit seines wandels preisgeben sollte immerhin überredete sich felix zu dem trost dass er ja doch inzwischen ein verheirateter mann geworden sei und überdies der vorwurf er fröne der sinneslust schon durch die beschaffenheit der für ihn ausersehenen partnerin lügen gestraft werde dennoch machte ihm der gedanke beschwerden ob den eingeborenen auf den kumoren dieses argument einleuchten werde und ob nicht die art seiner verwendung im dienste der wissenschaft wenn sie ruchbar werde seiner missionstätigkeit für die hebung der sittlichkeit bei den wilden abträglich sein könne an ort und stelle hatte nelly mit hilfe des ihr von dem dollarmillionär beigegebenen stabes von affen jägern turnlehrern architekten dolmetschern tierbändigern und professoren bald genug alle einrichtungen geschaffen die dem fortpflanzungsgeschäft ihres gatten förderlich schienen die gesuchte affenrasse wurde ermittelt ein wohlgestaltetes gorilloweibchen das den rufnamen justine erhielt bekam in einem geräumigen mit einer breiten ottomane möblierten käfigquartier und felix klötschipper lernte von einem nahestehenden baum aus an die gitterstäbe anzuspringen und daran mit großer gelenkigkeit herumzutonen so dass sich justine an seinen anblick gewöhnte und auch er selbst bald die scheu verlor sich in den für reine effen verführerischsten stellungen mit seinen langen gliedmaßen vor der mutter seiner erhofften züchtung zu zeigen die absicht den inselbewohnern in missionskursen seinen abscheu gegen unzucht sowie schmutz und schund in wort und bild einzuflößen musste felix aufgeben weil ihn die dolmetscher darüber aufklärten dass ähnliche versuche bereits vorher unternommen worden aber an der leider bloß heiterkeit erregenden wirkung die sie erzielten erbarmungslos gescheitert seien durch diesen verzicht auf die ablenkung seiner gedanken von den possierlichen versuchen justinens vor dem turner an ihren käfigstäben graziös zu kokettieren geschah es dass felix klötzschipper allmählich ein nie gekanntes gefühl in sich aufsteigen spürte dass ihn zu immer vollkommeneren turnerischen leistungen anspornte und ihn auch in stunden in denen er nicht dazu verpflichtet war in die nähe des gorilla mädchens drängte nelly seine gemahlin die ihn scharf beobachtete überraschte ihn sogar dabei wie er sich über den kopf weg mit der rechten hand die linke bache kratzte und bei ähnlichen unwillkürlichen gesten die die aufkeimende sympathie für justine verrieten es ist nie ermittelt worden ob die initiative schließlich von ihm oder von ihr ausgegangen war tatsache ist dass felix im affenkäfig bald ein und ausging und dass justine genau neun monate nachdem sein besuch bei ihr zum ersten male festgestellt werden konnte eines kräftigen söhnchens genas die freude war allgemein und am größten bei frau doktor klötscheporpritschke die den kleinen mit lupen und pinzetten von allen seiten genau untersuchte aber zu keiner lösung der frage kommen konnte ob körper und gliedmaßen mehr eigentümliches von vater felix oder von mutter justine erhalten hätten man musste abwarten wie sich die anlagen beim wachstum entwickeln würden das gorillamenschchen erhielt den namen cyrill nellis studien erschöpften sich aber keineswegs in der beobachtung der beziehungen zwischen felix und justine und des gedeihens ihres kindes vielmehr betrieb sie die wissenschaft zu der sie daheim fossilien und ausgestopfte tiere benutzen musste hier mit eifer an lebenden geschöpfen häufig musste felix zu neuen messungen erscheinen die zugleich auch an einem männlichen gorilla vorgenommen wurden den zu einem friedfertigen und munteren hausgenossen zu erziehen den ihr in erstaunlich kurzer zeit gelungen war eines tages unterbrach die forscherin ihre arbeiten sie legte sich ins bett und als sie wieder aufstand sah sie schlanker aus als je zuvor und drückte ein nur undeutlich erkennbares kleines wesen an die merkwürdig prall gewordene brust felix in dem die erinnerung an seine sittenstränge lebendig aufwallte und der sich nicht vorwerfen konnte den dispens von seinen ehemanns rechten je durchbrochen zu haben murmelte affenschande begab sich aber als bald wieder zu seiner justine nellis töchterchen wurde effi benannt das leben auf den komoren verlief nun ziemlich regelmäßig die zoologin setzte ihre studien an ihrem gatten und seiner effen an ihrem affen und den beiden bisherigen erzeugnissen ihrer forschungsmethode fort ohne indessen der gelehrten welt epochemachende berichte zu geben dazu sollte erst erkannt werden können welche wege besonders die geistige entfaltung cyrills und effis nehmen werde auch scheute sie sich öffentlich zu bekennen in welch nahe familienbeziehungen ihr gemahl und dann sie selbst zu den objekten ihrer theorie getreten war der behagliche friede an den sich die vier zur ehe gehörenden individuen gewöhnt hatten wurde jäh zerrissen eines nachts erwachte felix und fand das lager neben sich leer und in der gleichen nacht erlebte nelly dasselbe am morgen standen die beiden verlassenen gatten einander gegenüber er mit der mutterlosen sie mit der vaterlosen weise an der hand effis vater war kein zweifel konnte bestehen mit justine auf und davon gegangen jetzt mochten sie wohl im geäst eines kokosnussbaumes drüben im urwald schäkernde kurzwald treiben von der kein züchtungsprodukt im sinne von nivrat zu erwarten stand felix und nelly klötschipper hatten ihren entschluss bald gefasst der gönner in amerika erhielt nachricht dass die forschungen an ort und stelle abgeschlossen seien und die gelehrte zurückreise um die ergebnisse daheim zu verarbeiten die affenjäger turnlehrer architekten dolmetscher tierbändiger und professoren wurden ausbezahlt und entlassen und die beiden kreuzungsfahrer bestiegen mit cyrill und effi ein schiff und verließen die komoren die rückkehr von der ausgedienten hochzeitsreise nach fast drei jahren wurde von allen freunden und bekannten freudig gefeiert man bewunderte allgemein die reizenden kinderchen und lange wurde gestritten wem der junge und wem das mädel am ähnlichsten sehe endlich entschied tante hildegard aber cyrillchen ist doch unserer nelly wie aus dem gesicht geschnitten und ganz die mama riefen alle verwandten und freunde und effichen sagte tante hildegard jubelnd ist doch der felix wie er leibt und lebt ganz der papa rief jetzt alles wie aus einem munde die familie klötschipper pritschke gewöhnte sich rasch in die heimischen verhältnisse ein aber eine bemerkenswerte folge der komorischen erlebnisse machte sich bei dem alternden ehepaar geltend felix erlitt plötzlich beim anblick seiner gattin anfechtungen wie er sie früher nie empfunden hatte und auch nelly sah den gemahl mit anderen augen als denen der forschenden zoologin nicht lange wehrte es dass sie die wandlung voreinander verborgen halten konnten als es frühling wurde erwachten sie eins in den armen des anderen und der mann schaute der frau ins auge und fand sie lieblich wie einst seine justine und die frau lächelte dem manne zu und fühlte das gleiche wie einst bei dem vater ihrer effi die kinder aber wuchsen heran und alle bewunderten ihre anmut und fanden sie den älteren immer ähnlicher es zeigte sich dass ihre geistige entwicklung die bahnen einschlug die auf die menschliche herkunft zurückführten während die gorilla gestaltung der körper den freunden und nachbarn ohnehin nicht auffiel leider mußten aber gerade darum nellys untersuchungen ihren abschluss finden ehe die rückzüchtung zum affen in die zweite generation fortgesetzt werden konnte in cyrill prägte sich als er zum jüngling heranwuchs der sitten strenge charakter des vaters in einem maße aus dass jede hoffnung er werde je sinnlichen begierden verfallen und sei es mit den basen väterlicher oder mütterlicherseits nachkommen erzeugen gänzlich verloren war effi hingegen erbte mutter nellys hang zu wissenschaftlichen art studien sie warf sich auf die erforschung der menschlichen reinrassigkeit so blieb auch sie die letzte ihres stammes denn so intensiv sie auch nach einem ebenbürtigen vater für ihre kinder suchen mochte sie fand keinen der ihren ansprüchen an reinrassigkeit genügt hätte für die vermischung ungleichen blutes aber pflegte sie sich desselben ausdrucks zu bedienen den ihr bruder stets gebrauchte wenn ihm ein auch nur andeutender hinweis auf geschlechtliche verirrungen vor augen oder ohren kam das ist ja eine wahre affenschande sagten sie beide in solchen fällen cyrill und effi klötschepro britschke erreichten geliebt und geachtet von ihren mitbürgern in ihrem jungfräulichen stande ein hohes lebensalter er als künstlerischer beirat der staatlichen sammlungen und als theaterzensor sie als abgeordnete der völkischen partei erich mühsam das lebensprogramm als samuel ehrenmann 23 jahre alt war beschloss er seinen leichtsinnigen lebenswandel aufzugeben und einen geregelten und gesitteten zu beginnen sein onkel isaac ein frommer und gescheiter mann hatte ihn auf dem totenbett beschworen samuel samuel lass ab von deinem sündigen tun siehe ich trete vor unseren herrn und wenn der mich fragt und was macht samuel dein neffe den ich dir anvertraut hab dass du mein knecht innerziehst zu einem brauchbaren mitglied und so weiter und so weiter sag selbst was soll ich antworten da du doch nicht tust nach gottes und meinen worten da du doch schwelgst eine nacht wie die andere in wirtshäusern und mit unmoralischen freunden und freundinnen und das geld verprassest statt es nutzbringend anzulegen dass es zins und zinseszins trage wie es deine väter taten samuel ich sage dir werde moralisch samuel ich sage dir werde regelmäßig samuel nahm sich diese worte zu herzen und versprach zu halten was gute sitte und praktischer sinn verlangten als er das gelobt hatte sank onkel isaac in die kissen zurück und schloss befriedigt die augen samuel ehrenmann begrub seinen onkel isaac mit aller feierlichkeit und in dankbarer ehrfurcht darauf setzte er sich an seinen schreibtisch und entwarf einen plan nachdem er in zukunft zu leben gedachte er schrieb auf wann er des morgens aufstehen wollte setzte seine frühstücks-, mittags- und abendbrotzeit fest sorgte für einen täglichen spaziergang ins nahe gehölz überschlug wie viel arbeit er in der vorgegebenen zeit jeden tag leisten könne bestimmte danach den arbeitsplan für sein leben berechnete aus den zinsen seines vermögens und den einnahmen seines arbeitsverdienstes seine ansprüche an die welt verfügte anhand dieser berechnung seinen letzten willen und dachte an alles was zu einem behaglichen friedlichen regelmäßigen und moralischen lebenswandel gehört mit 27 jahren wollte er heiraten genau setzte er das datum der verlobung und der hochzeit fest beschloss vier kinder zu zeugen entwarf einen detaillierten erziehungsplan für sie bestimmte auch das festprogramm für seine silberne und goldene hochzeit und gedachte endlich am 27 oktober des jahres zu sterben in dem er am 5 juni sein 85 des lebensjahr vollendet haben würde ergeben in gottes willen beweint von gattinnen kindern und enkeln insgesamt 22 hinterbliebenen das programm umfasste eng geschrieben einen band von 1743 seiten die sich samuel in schweinsleder binden ließ als der buchbinder seine arbeit getan hatte begann jener nach dem programm zu leben und er sah dass er nichts zu bestimmen vergessen hatte das buch gab ihm wenn es nötig war die erlaubnis sich einen neuen rock zu kaufen es wusste wie oft sein hut des bügelns bedurfte wann das schuhwerk besohlt und das hemd gewaschen werden musste alles bis ins kleinste alles war vorgemerkt denn der geist onkel isaacs hatte samuel die feder geführt ein jahr nach dem anderen schwand dahin und an jedem neujahrstage für diesen tag hatte ihn das programm von allen anderen arbeiten dispensiert prüfte samuel ehrenmann ob er getan wie es geschrieben stand und an jedem neujahrstage kam er zu dem ergebnis dass er mit sich zufrieden sein dürfe und dass ihn sein lebensprogramm niemals im stiche gelassen habe so wurde er alt und grau und lebte programmgetreu weiter an der seite seiner lieben frau die sich den bestimmungen des schweinslederbandes verständnisvoll angepasst hatte umringt von seinen vorschriftsmäßig erzeugten und erzogenen kindern und enkeln allgemach fühlte samuel die zeit nahen da er sterben musste er durfte schon die gicht bekommen denn er war 84 ein viertel jahre alt aber das reißen stellte sich nicht ein und samuel der gar nicht in erwägung zog dass sein programm sich etwa irren könnte nahm an dass bei ihm die gicht schmerzlos und knötchenfrei aufträte rieb also morgens und abends knie und schultern mit opodeldoc und ameisenspiritus ein wie es geschrieben stand an seinem 85 geburtstage schlug er den leitfaden seines lebens auf berief nach dessen maßgabe alle familienmitglieder um sich und las mit lauter etwas zitternder stimme so wurde es darin verlangt diese ansprache vor geliebte gattin teure kinder gute kindeskinder seht heute am 5 juni dieses gesegneten lenzes vollende ich mein 85 des lebensjahr und da ich am 27 oktober dieses gleichen jahres zu meinen vätern und zu unserem in gott ruhenden onkel isaak heimgehen muss so könnt ihr ausrechnen dass die frist die der himmel mir noch gesetzt hat heute genau vier monate drei wochen und einen tag beträgt diese zeit ist mir bestimmt um mich zum tode vorzubereiten dazu habe ich vor allen dingen meine finanziellen angelegenheiten in ordnung zu bringen und jedem von euch zuzuteilen was ihm aus meinem nachlasse zufallen soll so überreiche ich euch hier je eine spezialisierte berechnung seines erbschaftsanteils damit entnahm samuel gemäß der programmordnung dieser 22 scheine und verteilte sie unter den umstehenden mir selbst fuhr er fort reserviere ich nur so viel wie ich für den rest des lebens gebrauche das macht täglich eine mark 65 pennige für die 144 tage also welche mir noch beschieden sind 237 mark und 60 pennige wenn diese summe aufgebraucht sein wird werde ich mich auf meine chaiselon legen und alsbald einschlafen um fünf uhr 42 nachmittags wird ein durch altersschwäche verursachter herzschlag meinem dasein ein ende setzen du meine heiß geliebte gattin treue lebensgefährtin mutter meiner kinder und ahne meiner enkel wirst mich auffinden und an den folgen des schreckens der dir in deinem alter nicht mehr zuträglich ist in zwei monaten einer woche und fünf tagen demnach am 8 januar des kommenden jahres mir in die ewige seligkeit folgen dein erbschaftsanteil ist dementsprechend bemessen worden über die begräbnis feierlichkeiten findet ihr alles nähere auf seite 1698 bis 1727 dieses programms das herrlichste vermächtnis aber das ich euch zu hinterlassen habe ist der hinweis auf meine erdenlaufbahn die ich glaube geführt zu haben im sinne unseres seligen onkels großonkels und urgroßonkels isaac nehmt euch sein und mein vorbild zum beispiel und geht jetzt an eure beschäftigung wie ich an die meinige zu gehen gedenke die ich mir vor zweiundsechzig jahren in diesem schweinslederbande vorgezeichnet habe der alte schwieg und in tiefer rührung ging die familie auseinander die teilung der erbschaft wurde in den hierzu im programm bestimmten stunden vorgenommen und samuel ehrenmann sah ruhig und gefasst bei einem geldverbrauch von täglich einer mark und fünfundsechzig pfennigen seiner auflösung entgegen die gicht verlief weiterhin schmerzlos und ohne sichtbare merkmale der siebenundzwanzigste oktober war da um vier uhr fünfundfünfzig minuten kehrte samuel vom postamt heim wo er für die letzten zwanzig pfennige seiner 237 mark sechzig eine briefmarke gekauft und auf das seit seinem vierundzwanzigsten lebensjahre versandfertige schreiben geklebt hatte das sein ableben dem standesamt kund tat rüstig erhobenen hauptes begab er sich in sein zimmer und legte sich auf die chaiselon um fünf uhr sechzehn ganz nach vorschrift schlief er ein und seine kräftig schnarchenden atemzüge kündigten der im nebenraum harrenden frau ihren mann daß die stunde gekommen sei da ihre gatte ins jenseits hinüber schlummerte sie sah nach dem regulator punkt fünf uhr dreiundvierzig eine minute nach dem planmäßigen abgang mit tode erhob sie sich zu dem hoffnungslosen versuch den schläfer zu wecken langgezogene sägende töne schollen ihr schon an der tür entgegen und tränenden auges tief gebeugt blieb frau ehrenmann vor dem schlummernden stehen ihre los beklagend sich im nächsten augenblick als seine witwe erkennen zu müssen samuelchen hauchte sie bewegt und als er keine antwort gab sondern den atem laut durch die nase ziehend sich auf die andere seite warf da schrie sie vor schmerzüberwältigt auf samuel mein geliebter du bist tot o ich ärmste ich unglückselige witwe jammer und unschluchzend warf sie sich über ihn von dem teuren toten auf ewig abschied zu nehmen da schlug samuel die augen auf entsetzt starrte die gattin ihn an samuel kreischte sie aber samuel bist du denn noch nicht tot und dein programm ratlos blickte der erwachte in die verweinten augen seiner frau da betrat auch schon verstört und bleich wie es befohlen war und bereits schwarz gekleidet die ganze familie das sterbezimmer denkt euch nur klagte samuel ich bin gar nicht gestorben nicht fragten kinder und enkel schaudernd und das programm nein nein trotzdem ungläubig umstanden die hinterbliebenen das sterbelager da erhob sich samuel ehrenmann von der chaise long hob gewaltig die arme in die höhe und rief gebt mir mein geld zurück ihre erbschleicher da samuels programm eine programmwidrigkeit nicht vorgesehen hatte war die friedliche eintracht die so lange über der familie ehrenmann gewaltet hatte vernichtet frau ehrenmann und samuels 22 hinterbliebene warfen den alten aus dem hause das ihm nicht mehr gehörte mit hilfe eines rechtsanwaltes und der besatzung der nächstgelegenen polizeiwache warf als dann samuel ehrenmann seine erben aus dem hause das ihnen noch nicht gehöre am 8 januar ihrem programmäßigen todestage schloss sich frau ehrenmann der prozesspartei ihres gatten an der staatsanwalt seinerseits schritt gegen samuel ein wegen einer falschmeldung beim standesamt die gesamte erbmasse verschwand allmählich in den kassen schränken der prozessierenden advokaten die heute noch um den ertrag des inzwischen supastierten ehrenmannschen hauses untereinander prozessieren der umfang der in sachen ehrenmann kontra ehrenmannserben angehäuften akten übersteigt längst den des schweins lederbandes dessen versagen in einem einzigen punkte all die verwirrung hervorgerufen hat nachdem samuel ehrenmann seine gefängnisstrafe wegen irreführung einer staatlichen behörde abgesessen hatte fand er aufnahme in einem asyl für schwachsinnige greise wo er an einem wissenschaftlichen werk über die gicht als betrügerische vorspiegelung von erbschleichern arbeitet was frau ehrenmann betrifft so wurde ihr auf dem vergleichswege die cheselon zugesprochen auf welcher sie ihr samuel nicht zur witwe werden ließ sie verbringt ihren lebensabend in einem heim für verlassene matronen und klöppelt dort für das gerettete möbelstück eine moderne schwarz umränderte cheselon decke ihi 1 1 Vielen Dank.